Aufs Autorauk! Und? Zufrieden mit dem Schlag? Nein, gar nicht. War total scheiße, also so reißen wir noch nie ab. Wenn du tief von mir enttäuscht, gehst du in die Ecke und schämt mich. Die Ecke bitte. jetzt zufrieden mit dem schlag mit der ich bin dann mal weg ja das spät bei inklusive so jetzt sei hier noch ein Wedge Aua, du dumme Sau Wedge ist mir